Die Sendung wurde live untertitelt. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hatten schöne Weihnachten, alle, glaube ich. Und ich habe mir auch viel vorgenommen wie die anderen fürs neue Jahr. Wir wollen mehr Musik machen und ich will mal zum Friseur gehen mal wieder. Und wir haben hier ein bisschen singen geübt und spielen euch jetzt mal exklusiv einen der neuen Songs vor, bis zum ersten Refrain. Nur Christian und ich, weil die anderen leider nicht hier sein können. Und vielleicht gefällt euch, ja, Where the Birds All Fly To in einer gekürzten Version, für die, die es gar nicht mehr abwarten können. Viel Spaß, Leute. Fertig? Ja. Fertig? Fertig? Ja. Fertig? Ja. Fertig? Ja. Fertig? Ja. Ja. Fertig? Ja. 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 Gute. Vielen Dank.